ARD Text im Auftrag von Funk Anders möchte ich mal lesen. Brauch ich nicht. Bin auch so scheiße. Ich bin ein bisschen nervös, ne? Ist mein erstes Mal. Ja, ja. Ist wie beim Bumsen. Ach, wir sind ja schon auf Sendungen. Ja, ja. Genau. Man muss aber noch selbst in den Kühlschrank gehen und sich das Ding selbst abholen. Also bei anderen YouTube-Kanälen, ich hab gehört bei Till und bei seinem Blog, da ist alles inklusive und da sind so kleine Thailänder drin, die bringen dir das Bier, machen es dir auf, lösen es dir ein und am Ende noch Happy End. Ja, deshalb hab ich so oft Gäste. Hallo. Hallo, Servus und Grüezi. Ne, im Anderen. Servus, Grüezi und Hallo. Servus, Grüezi und Hallo. Hier ist wieder Shoki Banoki Daily. Du brauchst nur dein Mikro, ne? Sorry, ich kann mich auch nicht um alles kümmern hier, ne? Gucken, dass das mit der Technik alles funktioniert, dass du dein Mikro anhast. Wenn ich aufs Maul kriege, ich kann nicht alles. Also es ist das echtes Mal, es ist unmöglich. Ich möchte einmal gerne in dem Zusammenhang mit Profis arbeiten. In dem anderen Zusammenhang nicht? Ne. Dann kann man mal zeigen, wo der Froschi-Locken hat. Right? 8. September? Ja. Ah, du wolltest ja reinkommen. Nein, wollte ich nicht. Aber kann ich dann so reinkommen, wie ich reinkommen möchte? Du kannst machen, was du willst. Achso, dann kann ich ja so... Hallo, na. Wir sind hier bei Shoki Banoki und... Wie ist das? Dailys? Daily, ja. Jetzt hab ich vergessen, was dahinter stand. Ich guck nochmal eben hier. Deine Tagesdosen. Hau nochmal neu an. Achso. Tagesdoses Angeberbissen. Ja. Gut. Nee, das ist falsch. Ich guck mal auch nicht drauf. Nee, das ist was anderes. Was war das denn? Das war das Boot. Das war das Boot. Genau. To the future. Fluxkompensator. Du, 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 du. Trans-Am. Nee, das Trans-Am war ja von... Trans-Am war Michael Knight. Nee, war das ein Trans-Am? Nee, das war bei ausgehochten Schnitzohr. Kennst du noch? Das war kein Trans-Am, das war ein Dings vom Burt. Burt Reynolds. Das war ein Trans-Am. War das ein Trans-Am? Das war ein Trans-Am. Was denn der? Der... 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 Michael Knight, der Hasselhoff, der war... Der kommt. Knight Rider. Das war kein Trans-Am, das war gar keine Marke. Das war der Kitt. Ja, das war Kitt, aber das war keine Marke. Dann können wir bald eine eigene Sendung draus machen. Ja, genau. Lassen wir starten. Ja. Egal. Los geht's. Warte mal, ich muss mir mal hier den Finger abhitteln. Den äuft. Den äuft. Den äuft von der Hand abhitteln. Boah, guck mal hier. Voll der Fetzen von meinen Fingern heruntergehauen. Das äuft. Ei, ei. Das äuft wieder, du. Äuft, äuft. Das ist ja auch in der Werbung vom Käfer. Und der äuft und äuft und äuft. Ja, das ist ja auch in der Werbung. Das ist ja auch in der Werbung vom Käfer. Das ist ja auch in der Werbung vom Käfer. Aber ich bin ja auch in der Werbung vom Käfer.